Wir hüpfen rein in ne Runde Abschussbestätigt auf der Map Hijacked. Die ist natürlich ein bisschen scheiße für Abschussbestätigt. Ich weiß, ich spiel eigentlich bloß Abschussbestätigt, Hedgehaft, gelegentlich mal TDM. Aber das macht mir auch fun, weil so Suchen und Zerstöner hab ich keinen Bock drauf, weil wenn du stirbst, ist es ja vorbei und bla und keks. Ich spiel wieder die K10. Die mag ich, die ist fix. Ja, geil. So mag man doch reinjoinen in ne Runde. Man joint rein und ne Vitole ist unterwegs. Da kann ich eigentlich hier stehen bleiben und auf schönes Wetter hoffen. Bratwurst vom Bratclan. Ja, richtig, richtig. Ich weiß gar nicht, bin ich hier überhaupt erwünscht? Ich mach nochmal einen Kill, weil ich's kann. Ja, jetzt kommt noch ein Lotster, der natürlich da durchschießen kann. Gegner kriegt noch ein Pärchen. Ja, mehr Hacks, schreibt einer, ja. Mehr Hacks geht nicht. Guck mal, wie kann denn hier drin was explodieren? 53,3, ja sicher. 12 bestätigt, 4 verteidigt, genau. Ich bleib jetzt hier im Keller. Ich muss mir den Lotster ja da oben nicht antun. Ja, genau. Er stirbt auch nicht. Kriegt voll einen reingedrückt. Und dennoch mit so einer schwulen Burstwaffe und stirbt einfach nicht. Hammer. So, jetzt ist hier alles wieder vorbei. Ich mach mal noch ein paar Kills hier. Jetzt ist das ein bisschen langweilig. Blitzschlag steht bevor und wartet und wartet und wartet und wartet. Irgendwann kann man ja doch. Bratwurst hat mich erschossen von... Ah, okay. Ah, ich find diese Hacker affig, ne? Ah, Captain Hüpfi, Springi, Schissi. Wenn ich so springe, treff ich nix. Aber die machen dann gleich sofort Kills. Missgeburt, Junge. Irgendwann ist hier Schluss. Ja, jetzt hau ich auch mal was raus hier. Ah, jetzt kommt auch mal ein Fluchtzeug für mich her. Vielleicht krieg ich ja auch einen Lots da oder so. Das ist meine. Ja, eine Hellstorm. Immerhin. Was? Die Missgeburt. Ich hab meine Hellstorm... Ey, ich hätt meine Hellstorm echt zwei Sekunden früher zünden müssen. Alter, das wär noch ein schöner Vierfach-Kill gewesen oder so. Ja, so sieht's aus, wenn man reinjoint und von VTOL und alles auf den Sack kriegt und seine Hellstorm nicht los wird zum Schluss. Echt, zwei Sekunden früher... Na, traurig, aber wahr. Bis zum nächsten Mal bei Call of Noob. Bis zum nächsten Mal.